So, herzlich willkommen zum PentaCast. Der letzte PentaCast ist ja schon ein bisschen her. Ich gucke mal gerade nochmal, wann die letzte, ich glaube im März oder so. Es wird auf jeden Fall mal wieder Zeit für eine neue Folge. Ich sehe gerade hier 47, also wir haben jetzt die 48 zum Thema Pallava TV. Wir sind hier live auf dem 30C3 in Hamburg. Parallel läuft die Sondersendung, die hier im Hintergrund zu hören ist. Wir hoffen, es ist nicht ganz so störend, dass wir doch im Vordergrund sind vom Audio her. Aber ich denke, das sollte gehen. Genau, und heute soll es gehen um Pallava TV. Ein Projekt, was Marius uns heute in dem Podcast vorstellen möchte. Ja, hallo, freue mich hier zu sein. Hi Marius, du hast heute einen Lightning Talk dazu gehalten schon auf dem Kongress. Ja, das ist richtig. Genau, den können wir auch gleich in den Shownotes dann verlinken. Also im Moment ist der Mitschnitt wahrscheinlich noch nicht da, aber kann man sich als Video dann anschauen. Wir würden jetzt quasi so ein bisschen das nochmal zusammenfassen, aber dann noch erweitern. Richtig, ja, da gehen wir natürlich tiefer rein. Genau, kannst du vielleicht ganz kurz mal erklären, was Pallava TV an sich, also grob gesagt ist und warum wir das brauchen? Warum das so cool ist? Ja, also die Grundideen, das hat heute auch, also ich habe mit dem Lightning Talk geteilt mit Astro auch von C3D2 und der hat eine ziemlich gute Einführung in das Thema gemacht, weil der auch irgendwie ein kleines bisschen was in die Richtung macht. Er macht da irgendwie so BitTorrent mit einer Web App und der hat gesagt, das was wir so aus diesen ganzen letzten Monaten aus dieser NSA Affäre gelernt haben, ist eigentlich, sind zwei Dinge. Das eine ist, dass wir für unsere Kommunikation, dass wir sichere und dezentrale Kommunikationsarten und Wege brauchen und das zweite ist, dass wir das einfach machen müssen. Also, dass wir den Nutzer genau dort irgendwie abholen müssen, wo er ist. Das geht nicht, dass der Nutzer sich erstmal irgendwie zehn Seiten irgendwie Text aneignen muss, um irgendwie… Ein großer Laden installieren muss, konfigurieren muss, sich durch Menüs. Genau, und ja, wo befinden sich die Nutzer? Die Benutzer nutzen eigentlich praktisch momentan nur noch das Web, wenn man mal so Mobil-Apps irgendwie absieht. Genau, und genau da muss man den User auch irgendwie abholen. Und das, was das Palawa ist, ist eine Kommunikationsplattform erstmal, also im Internet. Also www.palawa.tv. Genau, richtig. Da kann man Video chatten, Audio telefonieren sozusagen. In Zukunft wird es auch nochmal einen richtigen Textchat irgendwie geben. Ja, das wäre gut, das hat mir heute gefehlt. Richtig, da können wir dann auch gerne nochmal drüber reden, was es das genau jetzt in diesem Moment noch nicht gibt. Und ja, das soll halt einfach genau das sein, was ich eben gesagt habe, nämlich eine einfache Art und Weise, wie man miteinander kommunizieren muss. Also man geht da einfach nur auf die Seite rauf und dann kann man, entweder hat man sich vorher ausgemacht irgendwie, in welchem virtuellen Raum man sich trifft. Und dann gibt man so ähnlich wie bei Google in so einer Zeile, gibt man halt beide den gleichen Raumnamen ein. Wenn wir uns zum Beispiel treffen, dann könnte man sagen, hier 30C3 Podcast oder sowas ist unser Raum. Dann gehen wir beide da rein und sehen uns und können dann reden wie über Skype oder Google Hangout oder sowas. Oder wenn es direkt eine private Konversation ist, ist es ein Link, der jetzt nicht so wirklich eindeutig ist wie 30C3. Genau, dann ist dieser Raumname einfach sehr, sehr lang sozusagen. Aber das, was ich sagen will, ist, dass es halt sehr einfach ist. Link und sich geht los. Also man braucht nichts runterladen, man braucht sich auch nirgendwo registrieren, sondern man geht einfach nur auf diese Seite und legt los. Okay. Genau und das Ganze ist halt zum einen verschlüsselt mit starker Krypto, dass ja auch eine weitere Lehre, die wir aus der NSA-Affäre irgendwie ziehen können, ist, dass Kryptografie selbst irgendwie nicht gebrochen ist. Das, was vor der NSA-Affäre als starke Krypto galt, gilt auch heute noch als starke Kryptografie, als ungebrochen. Genau. Richtig. Und dass es dezentral ist. Also das Coole ist, dass Peer-to-Peer ist dabei das Schlagwort sozusagen. Also die Videodaten und die Audiodaten, also der Inhalt sozusagen, den ich irgendwie austausche, der geht niemals über den Palawa-Server. Aber direkt zwischen den Peers ausgetauscht. Genau, richtig. Also wenn da ein Nutzer irgendwo in Brasilien sitzt, meinetwegen, und ein Nutzer hier auf dem… In Hamburg. In Hamburg auf dem Case-Advocation-Conquest. Wir sagen jetzt keine Namen. Wir sagen keine Namen, richtig. Dann könnte man sagen, wir machen das halt über Palawa und das Video würde halt sozusagen direkt gesandt. Also von Browser zu Browser. Kein Relay. Okay, richtig. Und es ist halt in dem Sinne auch von Browser zu Browser verschlüsselt. Das nennt man sozusagen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und die einzige Verschlüsselung, die eigentlich im Endeffekt sinnvoll ist, weil niemand dazwischen sitzt und man selbst behält die Kontrolle über seine Daten. Und das passiert aber alles im Hintergrund. Das merkt man als normalen Teil gar nicht. Das erklären wir natürlich irgendwie gerne jedem, der es wissen will. Das können wir dann noch drauf kommen, ein bisschen. Genau. Aber ich habe ja gesehen, man kann, wenn man hier auf Palawa TV geht, gibt es auch Forg.me und GitHub. Das heißt, es ist auch dezentral in dem Sinne, dass ich einen eigenen Palawa-Server oder eigene Webseite aufsetzen kann, die das verwendet, ohne auf eure Maschinen angewiesen zu sein. Das heißt, ich kann meine eigene Hardware verwenden, um euer System zu nutzen. Ja, das korrekt ist auch ein weiterer, ein sehr wichtiger Punkt. Also die Hauptargumentation, so wieso wir das veröffentlicht haben. Also wir haben, muss ich dazu vielleicht noch sagen, wir haben unseren Quellcode veröffentlicht, Open-Sourcen nennt sich das. Das bedeutet, wir haben alles das, was wir geschrieben haben, alles das, was sozusagen die Funktionalität von Palawa ausmacht, sowohl auf Server-Seite als auch auf der Browser-Seite, also die bei dem Nutzer liegt, sozusagen, haben wir veröffentlicht. Und zwar aus Transparenzgründen. Also das Wichtigste dabei ist, wenn wir irgendwie Sachen wie Kryptografie verwenden, dann sollte man das niemals mit einer Closed-Source-Software tun, weil man nie weiß, was die macht. Und aus dem Grund haben wir das veröffentlicht und gesagt, hier, guckt mal, wir machen hier starke Krypto und sowas und ihr könnt da auch echt reingucken und so, falls wir was falsch machen, sagt uns das oder sowas. Oder wie auch immer, aber ihr könnt uns da damit trauen und das, was damit natürlich einhergeht, ist, dass wir das total geil finden, wenn Leute sozusagen ihr eigenes Palawa irgendwo aufsetzen. Genau, und mal testen. Richtig, das hatte ich eigentlich für den Kongress auch vor, das hat dann jetzt aus Zeitgründen nicht ganz geklappt, aber man kann sich das irgendwo auf einer kleinen Maschine oder auf seinen Server oder irgendwie auf ein... Raspberry Pi oder irgendwas, was in der Art... Oder auf seinen eigenen Computer irgendwie kann man sich das aufspielen und dann kann man das benutzen. Okay, kommen wir dann nochmal ein bisschen dazu, am Gegenende hin. Genau, aber vielleicht können wir erstmal sagen, okay, also ihr nutzt jetzt da Peer-to-Peer-Technologie, namentlich WebRTC. Richtig. Dass wir da jetzt erstmal vielleicht reingehen, was ist WebRTC, welche Browser, und du hast gesagt, das ist ein Browser, aber welche Browser unterstützen das? Wie sieht es da aus, was gibt es da vielleicht für Probleme noch, was Codex angeht und solche Geschichten? Das ist ja immer ein bisschen schwierig. Genau, ja. Im Moment noch, hoffentlich wird das da besser. Dann noch, und das war da vielleicht erstmal, also dass du vielleicht mal zusammenfassen kannst, welche Komponenten gibt es bei WebRTC und wie nutzt ihr das bei Palawa TV? Ja, also WebRTC ist sozusagen die Basis von all dem, was wir da tun. Das ist ein Webstandard, genauso wie alle anderen Dinge, die man irgendwie im Web so sieht und anklicken, irgendwie standardisiert sind, sodass alle Browser die irgendwie implementieren können. Und das ist aber ein sehr neuer Webstandard noch, muss man sagen. Das wurde irgendwie, glaube ich, das wurde irgendwann mal von einer Firma entwickelt, deren Name ich jetzt noch nicht mal mehr weiß. Und das wurde, glaube ich, 2002 erst von Google aufgekauft. Und dann hat die das angestoßen, dass dieses WebRTC standardisiert werden soll von der IETF zum Beispiel, also die da die Webstandards macht und von der W3C, die sich irgendwie dann eher um die Programmieraspekte im Browser irgendwie kümmern. Und das ist jetzt sozusagen auf dem Weg zu einem stabilen Webstandard und wird eben mittlerweile nicht mehr nur von Google, sondern auch von anderen großen Firmen irgendwie. Zöder und Opera steht ja auch für Wikipedia. Genau, richtig. Zöder und Opera. Cisco ist da lustigerweise noch sehr involviert. Die scheinen da in Richtung Conferencing sozusagen auch selbst irgendwie, ja, was zu wollen. Genau. Und ja, das bedeutet, dass es halt eben jetzt momentan in den Browsern von Firefox und, ja, Firefox und Chrome ist und außerdem jetzt mittlerweile in dem neuesten Opera, weil nämlich der neuste Opera die Rendering Engine jetzt benutzt von Google Chrome. Also nochmal abgeforkt. Nochmal abgeforkt. Richtig, also Chrome hat ja WebKit benutzt, was so dieses Apple... Apple Rendering Engine von Safari. Richtig. Auch geforkt von... Richtig, genau. Da haben ja irgendwie ganz viele Browser haben einfach dieses WebKit benutzt und dann hat jetzt Google gesagt, naja, das geht uns irgendwie zu langsam vorwärts oder sowas in der Art und haben das geforkt und machen das jetzt selber weiter. So schnell, man weiß es ja nicht. Vielleicht ging es Apple auch zu schnell, richtig, ja. Ja. Und deshalb haben wir jetzt sozusagen dieses Blink, was das Google-Projekt ist, was WebRTC war, aber... Okay, was WebKit war und wo jetzt aber auch WebRTC drin ist und Safari kann es leider nicht. Genau, Safari kann es leider nicht. Bei dem alten WebKit... Aber, genau, richtig. Na, hoffentlich wird das mal... Und Opera benutzt eben jetzt dieses Blink auch und deshalb... Das heißt, man hat drei Browser, die Palawa TV jetzt unterstützen. Richtig, genau. Erstmal, also Firefox, Up-Version... 26, 26, Chrome 22, ne? Die... Ne, 25 war das, glaube ich, ne? Aber der, also wenn man einen aktuellen Chrome oder einen aktuellen Firefox hat, kann man das machen. Genau, eben, also Chrome ist ja auch mittlerweile bei Version 31, ne? Ja, das wird ja auch immer automatisch geupdatet. Also das, denke ich, ist nicht das Problem. Wenn man Chrome oder Firefox oder Opera hat, dann sollte es eigentlich... Dann ist das in Ordnung, ja. Das ist richtig. Und es wird auch ein Stückweise immer besser. Also dadurch, dass eben ein großer Teil eben von dieser ganzen, von den ganzen Videosachen tatsächlich auch im Browser irgendwie passiert, ne? Ist man natürlich darauf angewiesen, dass die Browser-Hersteller das irgendwie auch verbessern. Dass die irgendwie sowas einbauen wie Echo-Unterdrückung irgendwie, wenn man jemanden anruft oder sowas, ne? Das kann zum Beispiel der Chrome, kann das ganz gut und der Firefox eben leider noch nicht. Aber dafür können die andere Sachen besser. Ja, und das ist auch nicht ganz einfach so momentan in dieser frühen Phase. Es ist halt noch so, dass die noch nicht so besonders einfach miteinander reden können, aber, ja. Also untereinander die Browser, ne? Genau, der Elefant, der natürlich im Raum steht, ist der Internet-Explorer. Der ist ja, ich weiß nicht, seit jeher irgendwie verschrien, dass die da einfach zu langsam die Web-Standards irgendwie adaptieren. Aber da kannst du ja vielleicht mal sagen, also ich habe zumindest hier gelesen, dass, also was ich mal gehört hatte, was ich sehr lustig fand, war, dass Skype-Entwickler gesucht haben, die irgendwie eine Lösung, also Voice-over-IP-Lösung im Browser entwickeln sollen. So, und ursprünglich war das, sah das so aus wie WebRTC. Bloß jetzt ist es ja irgendwie so, dass Microsoft da doch das natürlich als Angriff auch auf Skype sieht, was es ja auch ist. Richtig. Und so einen eigenen Standard irgendwie ins Leben. Kann man da, also was kannst du dazu sagen? Also dieses CU-RTC heißt das, glaube ich, ne? Genau. Was wahrscheinlich der Internet-Explorer dann auch implementieren wird, oder? Das eben nicht, tatsächlich. Richtig, also ist natürlich klar, dass Skype irgendwie jetzt Leute sucht, die das im Browser implementieren. Die wollen ja den Anschluss auf keinen Fall verlieren. Die wollen ja auch gerne, also das ist einfach eine sehr gute Idee, so Video- und Audio-Streaming, das gehört ja ins Internet so. Genau. Irgendwie mittlerweile guckt ja jeder irgendwelche Streams im Internet, egal was das ist, irgendwie YouTube oder so. Genau, und auch Voice-over-IP hat sich ja eigentlich durch Skype am Ende auch sehr durchgesetzt. Richtig, genau. Und man möchte das eigentlich auch im Web machen, also dass irgendwie was da reingehört, ne? Und die sehen das natürlich, dass sie den Anschluss verlieren würden, wenn sie sich da dem verschließen würden. Ja. Und deshalb ist das auch gar nicht, also die machen schon eigentlich ganz coole Sachen. Das QRTC-Web heißt das, glaube ich, dieser Gegenvorschlag sozusagen von Microsoft zu dem Web-RTC, was eben jetzt von Mozilla und Google vorgeschlagen wurde. Das ist keine schlechte Lösung, die ist auch vor allem relativ ähnlich, ne? Und die verzichtet auch auf ein paar Dinge wie dieses SDP, über das wir dann später sicherlich noch reden werden, was in Web-RTC verwendet wird und wo aber viele sagen, das gehört da eigentlich gar nicht rein und das... Weiß eben so aus der SIP-Richtung. Da sagen viele, es ist veraltete Technologie und das ist auch eigentlich korrekt und deshalb ist so dieser Microsoft-Vorschlag definitiv kein schlechter. Und das, was sie auch explizit sagen, dass das halt ein Vorschlag ist, der nicht zur Implementierung gedacht ist. Also das ist ein Vorschlag, den sie gemacht haben, wo sie sagen, so könnte es aussehen, so ist es eventuell besser. Und ich habe hier gerade einfach 18. April 2013, also es ist noch sehr neu, kann man sagen. Ja, definitiv alles. Ganz cutting-edge sozusagen. Genau. Und ich glaube, das, was sie einfach wollen, ist da Einfluss nehmen sozusagen auf das, was geschieht, und wollen dann nicht von vornherein irgendwie da an Google dranhängen irgendwie, ne? Und haben jetzt halt diesen Gegenvorschlag gebracht und haben halt gesagt, naja, cool, wenn es irgendwie einen Standard gibt, dann wäre es sinnvoller, wenn wir in so eine Richtung gehen und vielleicht wird es ja im Endeffekt irgendwie auch eine Mischung irgendwie aus beiden, ne? Das wäre ja schön. Was möglicherweise wünschenswert wäre, wenn man irgendwie so eine WebRTC 2.0 dann hat, was einfach irgendwie bestimmte Sachen besser macht, als das bisher der Fall ist. Okay. Genau, also um das kurz abzuschließen, ne? So Safari wird es sicherlich irgendwann mal kriegen, aber da muss sich halt Apple bewegen. Das haben sie bisher noch nicht gemacht und ich glaube, dass Microsoft tatsächlich sozusagen irgendwie, die haben da auch Interessen in die Richtung, ne? Und die wollen das auch und die werden das auch implementieren, wenn sie denken, die Zeit ist reif. Genau. Aber vielleicht, es kommt ihnen Apple sogar zuvor. Vielleicht, ja. Das kann man ja, ich meine, für die Zwischenzeit, wenn man Palabra TV nutzen soll, kann man sich ja einfach Firefox oder Chrome installieren, wenn man es nicht sowieso schon verwendet. Also das ist jetzt kein Problem. Fast jeder hat ja mehrere Browser auf dem PC und dann nutzt man einfach den anderen mal. Genau. Okay. Gut. Okay, Marius. Also wir haben jetzt grob gesagt WebRTC im Browser. Jetzt wäre nochmal so ein bisschen die Frage, die mir immer so, also die ja meist im Baum steht, wenn man jetzt sagt, okay, klar, wir kennen uns jetzt mit solchen Sachen wahrscheinlich doch besser aus schon, was die ganze, auch NAT-Geschichte und, ne? Das ist ja immer schwierig, wenn man jetzt sagt, okay, du bist, also wenn wir jetzt hier auf dem Kongress sind, ist das ja alles kein Problem. Richtig. Aber, weil das Netzwerk natürlich erstens natürlich lokal ist und relativ offen ist. Aber wenn ich jetzt beispielsweise in einem Hotelnetz bin, was ja immer so der Paradebeispiel ist. Für schlechtes Internet. Und was weiß ich, der andere ist in irgendeiner restriktiven Uni, die da irgendwie, keine Ahnung, nur von 80 offen haben oder sowas. Richtig, genau. Dann ist ja immer die Frage, wie kriege ich das hin, dass ich trotzdem telefonieren kann, obwohl ich mich eigentlich gar nicht direkt sehe. Ich habe keine öffentliche IP-Adresse. Also es wird den meisten Leuten, die Palawa TV ja verwenden wollen, so gehen, dass sie nicht unbedingt wirklich eine öffentliche IP-Adresse haben, sondern sie werden ja irgendwie hinter einem NAT sein. Richtig, ja. Wie bekomme ich das hin, dass dieses Argument, naja, da gibt es ja so viele tolle Sachen, Palawa TV gut und schön, aber das funktioniert ja eh nicht, weil Skype ist ja das Einzige, was überhaupt funktioniert. Wie könnt ihr jetzt den Leuten, also wie könnt ihr die Leute überzeugen, dass es trotzdem geht? Also was macht ihr da für technische Sachen, da können wir jetzt auch ruhig ein bisschen technischer werden, dass sich die Leute gegenseitig sehen oder dass diese Kommunikation überhaupt zustande kommt? Genau, also vielleicht erkläre ich nochmal ganz kurz das Problem, was dahinter liegt. Also wenn wir eben so eine Peer-to-Peer-Verbindung machen wollen, dann muss ja sozusagen die Videos oder das Audio, was wir schicken, muss ja von unserem Computer erstmal irgendwie zu unserem Router kommen. Und dann durch den Router hinweg, durch das Internet zu dem Router des anderen und dann durch den Router wiederum durch zu dem. Das ist ein Problem, was wir komplett mit dem aktuellen Internetaufbau haben, ist nämlich, dass wir immer eine IP-Adresse haben, die pro Telefonanschluss ist. Also das heißt, wir haben jetzt als Haushalt, mit dem ich einen Internetanschluss habe, haben wir noch bei dem aktuellen IP-Protokoll sozusagen, die IP-Adresse ist ja irgendwie eine Adresse, wie ich erreicht werden kann, haben wir eine Adresse pro Anschluss, was eigentlich total bescheuert ist. Das bedeutet im Endeffekt, dass man von drinnen irgendwie jemanden kontaktiert im Internet, von irgendwo bei sich zu Hause. Was ja meist eigentlich Server sind, die eine öffentliche IP-Adresse haben. Die eine feste IP-Adresse haben, richtig. Und dann schickt der Server das irgendwie zurück und dann geht das zu dem Router und der Router kann das nur noch der Person vorher zuordnen, weil er weiß, dass die halt sozusagen diese Verbindung mal aufgebaut hat. Aber andersrum, wenn irgendwie sozusagen irgendjemand im Internet sozusagen, sag ich mal, irgendwie dich erreichen will, so in deinem lokalen Netzwerk, das ist fast unmöglich. Das ist sehr schwierig. Das ist das, was von der Telekom oder von irgendwelchen Plastik-Routerherstellern immer so Firewall genannt wird. Ja, stimmt. Das halt alles, genau. Ja, die Firewall, die halt alles, was sie nicht zuordnen kann, nach innen, weil da können ja mehrere Leute sein, da können ja zehn Computer sein. Wie kann der Router das zuordnen? Das heißt, er verwirft es einfach. Ja, das ist kein Sicherheitsmerkmal für dich, richtig. Aber das wird häufiger mal so propagiert, das stimmt. Und es geht ja irgendwie trotzdem. Aber genau, also das, was ich da eben beschrieben habe, so, dass wenn eben da die Daten von dem Server zurückkommen und dieser Router noch weiß, zu wem diese Verbindung gehört, dass die eben jetzt, was ich was, wenn ich und mein Mitbewohner so in der WG wohnen, so, dass ich die Seite aufgerufen habe. Und nicht er, das merkt er sich. Das nennt sich NAT. Also Network Address Translation und das ist etwas, was grundsätzlich das Internet irgendwie kaputt macht. Bei IPv4. Bei IPv4, richtig, weil man eben sozusagen nicht in dem Sinne mit diesem Server ein tatsächlich genau gleichberechtigter Partner ist. Und das ist natürlich dann problematisch, wenn wir diesen Server rausstreichen, um eine direkte Verbindung zwischen demjenigen, mit dem ich telefoniere und mir aufzubauen. Dann haben wir in dem Sinne gleichberechtigte Partner. Und wir müssen irgendwie zusehen, dass es durch die Router hinweg irgendwie eine Verbindung gibt. Und das, was man da tut, ist, dass man einen Server im Internet stehen hat. Der nennt sich Stun-Server, S-T-U-N. Und der macht eigentlich nichts weiteres, als einem selbst Varianten zurückzugeben, wie man selbst erreicht werden kann aus dem Internet heraus. Also die öffentliche IP-Adresse deines, zum Beispiel Telekom oder sonst was Anschlüsse. Das ist die einfachste Variante. Das sind sozusagen alles Kombinationen aus IP-Adresse, eine Art Domain eventuell, einen Port und dann auch irgendwelchen Zusätzen sozusagen, wie man grundsätzlich denjenigen wieder erreichen kann. Und das machen halt beide. Und beide kriegen dann sozusagen, das nennt sich Kandidaten, ICE-Candidates, zurück, wie sie erreicht werden können. Und die schicken sie sich dann gegenseitig zu. Und dieses gegenseitige Zuschicken, das geht natürlich noch nicht über Peer-to-Peer. Deshalb brauchen wir da sozusagen eine weitere Server-Komponente, die wir jetzt zum Beispiel für das Palawa selbst geschrieben haben. Die haben wir Palawa Machine genannt. Und die tritt sozusagen am Anfang in den Vordergrund und ist sozusagen eine normale Server-basierte Kommunikation, über die sich die beiden vorher Nachrichten zuschicken können. Und das dient wirklich nur diesem Aufbau der Verbindung. Die einzelnen eigenen Daten gehen dann, sobald diese Peer-to-Peer-Verbindung aufgebaut ist, darüber. Und deshalb senden die sich jetzt, wenn die von diesem Stone-Server diese Kandidaten bekommen haben, senden die sich diese Kandidaten gegenseitig zu und tragen die bei sich ein und versuchen sich dann... Erstmal über euren Server. Erstmal über unseren Server und versuchen sich dann aber über diese Varianten sozusagen direkt zu erreichen. Und wenn das irgendwie einmal hin und her geklappt hat, dann steht die Verbindung. Dadurch, dass sie ja selber die Verbindung von innen initialisiert haben und nicht von außen gekommen sind. Genau. Das ist korrekt. Und das macht Skype in genau der Art und Weise. Also da steht auch das Palawa dem Skype in nichts nach. Das Einzige, was ein kleiner Unterschied noch ist, ist, dass solche Peer-to-Peer-Verbindungen eben nicht immer aus Netzgründen sozusagen zustande kommen. Und, dass man da wiederum sagen müsste, dass man dann die Videodaten doch über einen Server leitet. Also ein Relay. Genau, richtig. Irgendwie irgendeine Proxy sozusagen. Das nennt sich dann ein Turn-Server. T-U-R-N. Und der muss gar nicht irgendwie... Ist das bei ZIP? Bei ZIP gibt es ja auch Möglichkeiten Relays. Also bei Internet, normaler ZIP Internet-Telefonie. Ist das da auch Turn-Server? Ja, ne? Das kann gut sein. Also es ist auf jeden Fall nichts, was Webartigsee sozusagen spezifisch ist. Ne, das gibt es schon seit längerer Zeit auf jeden Fall. Webartigsee nimmt sowieso eigentlich fast nur bestehende Komponenten. Ja. Was eben in dem Fall von diesem ZIP zu viel Kritik geführt hat. Okay. Genau. Ja. Also gut. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Ja, auf jeden Fall. Du schickst jetzt jemanden oder jemand schickt dir eine URL, eine Adresse zu Pallava.tv. Ich klicke da drauf. Genau. Dann wird letzten Endes erstmal sozusagen über den Pallava-Server geschaut, wie bin ich überhaupt erreichbar. Richtig. Der andere macht das auch. Mhm. Das wird sozusagen in dieser STUN-ICI-Infrastruktur erstmal vermerkt. Die tauschen sich das aus und versuchen sich zu erreichen. Genau. Jetzt wäre noch die Frage, wenn jetzt bestimmte Ports blockiert sind, also wirklich jetzt komplett blockiert, macht ihr da auch so Sachen wie Skype, dass ihr dann auf Standard-Ports wie Port 80 versucht, das zu übertragen? Oder wie geht das davon statten? Grundsätzlich, das wäre eine Sache, die tatsächlich der Browser machen müsste sozusagen. Also das wäre ein Teil von WebRTC und das müsste der Browser machen. Ihr seid sozusagen in eurer Implementierung noch so hoch, dass ihr darauf keinen Einfluss habt. Genau, richtig. Also im Endeffekt dieses WebRTC selbst bietet sozusagen ein paar Schnittstellen an und die kann man benutzen und die kümmern sich sozusagen um die reine technische Übertragungsebene. Wie kommt das Video von A nach B sozusagen. Genau. Also das sind Dinge, die man sich dann zum Glück auch tatsächlich einfach keine Gedanken mehr machen muss. Da muss da Google schauen, wenn zu viele Beschwerden kommen. Und da werden jetzt halt auch spezielle Streaming-Protokolle verwendet, eben zum Beispiel. Okay, dann lass uns da mal zukommen. Ja, gerne. Genau, also wir haben, genau, was haben wir jetzt, gut, also wir haben jetzt ausgehandelt, wie wir uns gegenseitig erreichen können. Richtig, genau. Vielleicht ein Punkt tatsächlich noch zu diesem Turn, dass es sozusagen, wenn das nicht klappt mit diesem Aushandeln, dann muss man halt sagen, dann muss man tatsächlich das doch wieder über einen Server umleiten. Das muss nicht der gleiche Server sein, wo auch die Website herkommt oder wo auch diese Machine, also dieser Signaling- oder Nachrichtenserver sozusagen drauf liegt. Aber das muss halt irgendwo sein. Das könnte man sogar konfigurierbar machen vielleicht. Das Problem, also das Positive daran ist es, dass es immer noch Ende zu Ende verschlüsselt ist. Also es ist immer noch irgendwie für einen selbst irgendwie... Der Relay-Server die Keys nicht hat. Das heißt, der kann eigentlich nicht sehen, was da drüber geht. Also von daher wäre es irgendwie auch sinnvoll, wenn man tatsächlich diesen Proxy-Server irgendwie von dem Signaling-Server trennen würde. Weil zwar an dem Signaling-Server kommen nicht die Keys selbst vorbei, aber darüber werden die Keys irgendwie ausgehandelt. Also es nennt sich Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch. Da gehen die Keys niemals drüber so. Das heißt, wir könnten nicht, indem wir das beobachten, irgendwie so den Traffic rausfinden, wie dann der eigentliche Schlüssel ist, den die haben. Aber wir könnten da schon sozusagen eine Attacke fahren in dem Sinne, wenn man uns nicht vertraut zum Beispiel, dann würde ich auch zum Beispiel eigentlich keinen Turn-Server unbedingt verwenden wollen, der direkt von uns kommt. Wenn man da wirklich drauf achtet, sondern entweder das selber hostet oder das halt bei irgendjemand anderem haben. Aber weil du jetzt sagst, könnte oder so, ist das jetzt in dem, was ihr jetzt gerade habt auf Pallava TV im Moment, ist das da schon drin mit diesem Relay? Mit dem Turn? Das ist ein wichtiger Punkt, gerade noch nicht. Das heißt, dass eben bestimmte Verbindungen nicht zustande kommen. Leider, aber wir hatten halt überlegt, das in der Zukunft zu machen. Also sozusagen freie Bandbreite zu nutzen für, also alles, was wir irgendwie noch übrig haben an Bandbreite für Turn, sodass die Sachen dann trotzdem noch zustande kommen irgendwie so und dass man es nutzen kann. Und wenn die Bandbreite verbraucht ist, dann geht es einfach nicht mehr. Aber wir wollen ja in dem Sinne, das werden wir dann auch wahrscheinlich so irgendwie umsetzen, die Nutzer irgendwie dazu ganz gerne verleiten, da eigene Server zu verwenden. Wenn man die Expertise hat und sagt, gut, also genau, wenn man das nicht kann, kann man eure Webseite verwenden. Aber wenn man sagt, okay, ich traue mir das zu, ich habe den Traffic, das haben ja viele irgendwie Unlimited Traffic und sagen, okay, mir ist das egal. Stellt euch euren eigenen Server hin und dann geht das auch. Genau, und das Beste wäre eigentlich sozusagen, wenn man dann tatsächlich mal sagt, was wir am Anfang schon hatten, wir haben nicht ein Palawa, sondern ganz viele irgendwo im Internet. Und alle Palawas haben auch noch irgendwie so ein bisschen Turn da dran, das könnte irgendwie sowas wie ein ganzer Tor-Server sein, haben wir halt irgendwie so sowas. Und dann sagt man halt richtig so eine Art dezentrales Netz und dann sagt man halt so, von dem einen kommt das Signaling und von dem anderen kommt das Turn und dann hat man es gut getrennt und hat trotzdem irgendwie was Stabiles sozusagen, was wichtig ist. Weil das Palawa funktioniert super, wenn die Verbindung zustande kommt, schon jetzt, auch browserübergreifend, aber wenn sie halt nicht zustande kommen, das ist halt ärgerlich. Okay, also nochmal vielleicht zusammenfassend zu sagen, du hattest das jetzt schon immer mal angesprochen, aber neben eurer eigentlichen Webseite Palawa.tv habt ihr auch noch andere Services, wie zum Beispiel diesen STUN-Server oder eben so einen Signaling-Server, den man auch verwenden kann, wenn man gar nicht über eure eigene Webseite geht, sondern wenn ich mir das zum Beispiel selber aufsetze, aber diesen STUN-Server nicht selber aufsetzen will, kann ich von meiner Palawa.tv-Instanz auch euren Server verwenden sozusagen. Genau, richtig. Im Endeffekt gibt es sozusagen drei unterschiedliche Dienste, die man da nutzt. Das eine ist sozusagen einfach die Auslieferung der Webseiten. Also ich gehe auf Palawa.tv oder dann auf irgendwas anderes und kriege die Website. Mein eigener Voice-Chat. Genau, mein very own Voice-Chat, genau. Und diese Website, die kommuniziert dann mit diesem STUN-Server, um seine Adresse irgendwie zu kriegen, aber der braucht gar nicht auf demselben Server liegen. Also der kann irgendwo anders liegen, diese STUN-Adresse ist dann halt irgendwie, kriegt man schon mit dem HTML, mit dieser Website, die man abgerufen hat, mit. Da steht die Adresse drin und dann wird das vom Browser, der Browser agiert in dem Sinne, dass er irgendwie, mittlerweile ist der Browser irgendwie so eine Art Programm-Applikationslaufzeitumgebung geworden. Ja. Und das kann auch jeder benutzen, auch wenn er sozusagen nicht die Palawa-Seite selbst irgendwie benutzt. Das heißt, wenn er irgendwo ein Service hat irgendwie oder irgendein eigenes Projekt oder so, wo er Video oder Audio oder irgendwie sowas machen will oder reines Peer-to-Peer, dann kann er halt sagen, aus Datenschutzbedenken möchte ich gerne den Nachrichtenserver zum Beispiel selbst hosten. Ja. Wir möchten halt zeigen, wie das geht irgendwie. Wie macht man das? Und wir freuen uns über jeden, der es irgendwie selbst aufsetzt, aber es muss eigentlich auch nicht. Okay. Okay. Jetzt, äh, hab ich ja heute schon mal das, hab wir das ja auch schon mal probiert, ähm, also was, was noch fehlt, ne, das ist richtig, ist der Text-Chat. Weiß nicht, das hat man, hat man, hat man heute schon, weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben. Könntest du vielleicht nochmal ganz kurz, also wir können jetzt ein bisschen, ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, mit jetzt Palawa-TV, dem, dem JavaScript-Teil. Also man muss nochmal vielleicht dazu sagen, äh, der Code, der auf GitHub ist, ist JavaScript und Ruby vor allem? Mhm, genau, richtig, also, beziehungsweise Coffee-Script, ne, aber das, äh, genau, Coffee-Script ist eine, äh, Sprache, die sich dann zu JavaScript übersetzt, das heißt, essentiell ist JavaScript, ja. Okay, und, äh, warum, oder was ist jetzt, was sind vielleicht auch die Probleme jetzt bei einem Text-Chat, beziehungsweise bei Audio-Only, weil im Moment bietet ihr auch Audio-Only zum Beispiel nicht an, sondern nur Video oder Video mit Audio. Richtig. Vielleicht, dass du da mal ganz kurz noch was zu sagst. Also, das Stichpunkt da sind, äh, Browser-Inkompatibilitäten. Das ist jetzt ein, äh, Standard, der erst wirklich sehr… Aber das ist jetzt eigentlich gesagt. Ja, genau. Also, äh, das ist ja jetzt ein Standard, der wirklich sehr neu ist und, äh, ist tatsächlich auch der Fall, dass sozusagen von Firefox zu Firefox und von Chrome zu Chrome das irgendwie relativ gut funktioniert. Und dass wir aber, äh, viel Zeit und Gehirnschmalz da reinstecken mussten, dass die beiden wirklich gut miteinander auch sprechen können, weil da viel auszugleichen war, ne, und das bei, bei dem Audio-Only, ne, das wird es jetzt demnächst wieder geben. Das war einfach eine Zeit lang sehr instabil und wir haben das halt nicht zu einem Punkt irgendwie dann gebracht, an dem wir gesagt haben, das können wir ja sinnvoll irgendwie auf die Seite, auf die Online-Seite setzen, so. Ne, aber, äh, das kommt ja jetzt wieder und, äh, das, der Text-Chat ist tatsächlich, also, ich hatte ja am Anfang schon mal gesagt, dass, äh, man auf dieser Peer-to-Peer-Connection aufsitzen kann man halt entweder diese Audio- und Video-Streams da irgendwie dran, dran machen, ne, kann man sich so vorstellen, wie, dass man die da draufsetzt und dass die dann so, so rüberschippern, so, ne, und… Einfach nur im JavaScript, also da wird nichts, da werden alle, alle Netzwerk-Funktionen oder Codec-Geschichten vom Browser selbst behandelt. Richtig, genau. Das habt ihr sozusagen gar nicht angetastet, sondern ihr habt wirklich nur, also nur in Anführungsstrichen, äh, auf dem Webkit-Level. Also sozusagen, dass es, äh, die, ähm, Möglichkeiten gibt, auf Sachen zuzugreifen, also zum Beispiel kannst du eben lokal, äh, zugreifen auf, äh, deine Webcam zum Beispiel und dein Mikrofon, ne, oder auch, äh, beim Telefon, das ist sehr schön so, da, äh, wenn da diese Abfrage kommt, dann fragt ihr dich halt, ob du die Front- oder die Backkamera haben willst. Ja. Von vorne oder hinten. Ähm. Und, ähm, jetzt hab ich gerade den Faden verloren. Äh, du wolltest, ja, also, ihr greift von JavaScript drauf zu. Genau, ja, richtig, ne, also das Web-RTC, ne, also, das gibt einem sozusagen dann Streams zum Beispiel und, äh, das gibt einem auf der anderen Seite eben diese Möglichkeit, diese Peer-to-Peer-Connection aufzubauen. Dann, äh, kann man halt relativ einfach so ein, so ein Stream, den kann man zum Beispiel, ähm, äh, annektieren an entweder ein HTML5-Video-Element, irgendwie was auf seiner Seite ist, dann wird dieser Stream angezeigt, ne, entweder ein lokaler Stream. Was zum Beispiel das eigene Video. Genau, was zum Beispiel das eigene Video ist, aber das könnte auch ein, ein Stream sein, äh, weil die Streams kann man halt auch, äh, auf so eine Peer-to-Peer-Connection sozusagen, äh, andocken lassen, äh, und dann kriegt der andere was mit und hat auch dort sozusagen einen Stream, den er von dem anderen kriegt irgendwie. Und dann kann auch der das wieder bei sich sozusagen über den HTML5-Video-Element anzeigen lassen. Dann das dann, was weiß ich, das, natürlich deins dann groß anzeigen und das eigene kleine unten in der Ecke. Zum Beispiel. Wie man das so kennt. Genau, richtig, zum Beispiel, ja. Und das sozusagen, ja, das ist eigentlich total gut, weil man sich um diese rein technische Ebene nicht kümmern muss, aber sozusagen, man hat mit diesem SDP, über das wir immer noch reden müssen, dann später mal, äh, irgendwann muss es sein, ähm, äh, hat man die Möglichkeit, da einigen Einfluss draufzunehmen. Ähm, zum Beispiel, äh, was geschieht, äh, und, äh, ja, das ist eigentlich eine relativ schöne Sache. Okay. Ah, Text-Chat, ne, Text-Chat ist eine Sache, die tatsächlich noch nicht, äh, interoperabel geht, äh, weil wir halt sozusagen neben diesen, äh, Streams haben wir eben auch noch die, die Raw-Data, die wir übertragen können über, äh, die, diese, ähm, äh, Peer-to-Peer-Verbindungen, äh, sprich irgendwas, ne, also wir könnten da File-Sharing drauf implementieren oder, äh, ähm, also eine relativ schöne Anwendung ist irgendwie Peer-CDN, die sozusagen ein, ein, äh, ein Verteilen von Inhalten sozusagen auf einer Seite, so irgendwie, wenn ich irgendwie da Bilder drauf habe, große Bilder und irgendwie nicht will, dass mein Server zu sehr belastet wird. Content-Delivery-Network, richtig, genau, total cool eigentlich, äh, weil dann sozusagen die Nutzer sich die, die Inhalte selber checken, äh, äh, Seite, richtig, genau, genau, also, eigentlich ein total guter Punkt, aber auch dieses Peer-CDN funktioniert momentan nur zwischen den Chromes und den Firefoxen, aber nicht sozusagen zwischen Chrome und Firefox, äh, interoperabel und, äh, das ist wiederum eine Sache, wie wir gesagt haben, so ein Text-Chat könnten wir auch implementieren, das über den Server geht, das ist aber nicht die Idee hinter unserer Plattform, äh, und, äh, äh, Text-Chat wollen wir erst dann, wenn das tatsächlich interoperabel geht, und das ist jetzt, äh, tatsächlich schon absehbar, weil, ähm, die, äh, stabile Firefox-Version, die jetzt draußen ist und die Chrome-Version, die in, äh, zwei Versionen kommt, irgendwie hier Canary, was jetzt gerade Canary ist, ähm, äh, die können bereits miteinander das sprechen, das heißt, wir werden uns jetzt demnächst daran setzen, dass wir den Text-Chat reinbringen, äh, und dass wir ihn aktivieren, wenn alle das können. Ich denke, das ist, äh, das ist, äh, das ist eben dieser, das, was auch an Skype eigentlich so ein cooles Feature ist, dass eben, wenn man sich verabredet und man hat aber irgendwie, naja, ich will sagen, in fünf Minuten, das habe ich heute dann irgendwie auf den Zettel geschrieben, rangehalten an die Kamera, genau, aber dass man das, ich denke, das, äh, würde das, das wäre noch, äh, würde das noch sehr aufwerten. Richtig, ja, genau, aber, okay, alles klar, ist, ähm, wird gemacht, genau, äh, jetzt, sag doch nochmal was zu deinem SDP, du willst das unbedingt noch, noch loswerden, habe ich den Eindruck. Es kommt einfach immer wieder vor, so, dieses SDP ist halt, also, äh, das, was man am Anfang tut, so, wenn man diese Seite geladen hat, äh, und gerne irgendwie, äh, eine Verbindung zu dem anderen aufbauen will. Zum einen muss man sich sozusagen auf einer technischen Ebene einigen, das sind diese ganzen Nut-Traversion-Sachen, dieses Tun, das Turn, was wir halt, äh, schon zu Genuge jetzt besprochen haben, und man muss sich aber auch auf einer viel höheren Ebene noch einigen, nämlich, äh, wie sprechen wir eigentlich so, so medienmäßig miteinander, also, wenn wir Audio-Kodex, genau, Audio-Video machen wollen, dann machen wir das überhaupt, so, der, der Video- und der Audio-Kodex, irgendwie, interessant, so, bei WebRTC ist jetzt, äh, Opus als Audio-Kodex schon relativ Standard, und bei Video-Kodex, äh, ähm, benutzen wir momentan einfach alle VP8, aber es ist nicht irgendwo festgeschrieben, also VP8 ist ja das von Google, ähm, und, äh, das geschieht über etwas, was SDP heißt, äh, das, äh, ist entliehen aus anderen Voice-over-IP-Protokollen, also, es wird zum Beispiel auch, äh, von SIP, äh, verwendet, was ja auch Voice-over-IP ist, äh, aber ist kein Teil von SIP, zum Beispiel, okay, genauso, wie, wie es kein, kein Teil von, von, von vielen ist, das irgendwie, so, so eine Art Nachrichtenformat, was einfach verwendet wird, und das, was man halt tut, was auch viel kritisiert wird, dass man, äh, halt irgendwie erstmal, äh, auf der lokalen Seite alle Informationen zusammensammelt, nämlich, äh, äh, was sind die Audio-Kodex, die ich kann, was, äh, für eine, äh, Verschlüsselung möchte ich zum Beispiel nutzen, oder welche Parameter der Verschlüsselung möchte ich gerne nutzen, ähm, was sind so, so, die, die Anfangswerte, zum Beispiel für, für so eine Stream, Streaming-Rate, irgendwie, die, die man nutzen könnte, und, äh, also, diverse Parameter, die man da reinschreibt, das ist ein relativ langes Ding, auch diesen, ähm, also, der Firefox macht das zum Beispiel auch so, dass ein paar von diesen Ice-Kandidates von diesem Stun, was ja eine ganz andere Ebene ist, ähm, die bis dahin eingetrudelt sind, dass es die auch schon da reinschreibt, also, in dieses SDP kommt irgendwie, die, 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 jeder Scheiß rein, das ist so, die, 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 die Sammelstelle für alle Informationen, die irgendwie, die irgendwie den anderen Nutzer irgendwie erreichen müssen, und dann, äh, macht jeder so sein, sein eigenes SDP-Paket, und der eine fängt halt an, und sendet sein SDP zu, zu dem zweiten Nutzer, äh, und der bekommt das, und, äh, er rechnet sich irgendwie so, so eine sinnvolle Schnittmenge aus dem, was er halt hat, und was der andere kann, äh, und dann sendet er das zurück, und der trägt das auch bei sich ein, und dann haben sich im besten Fall geeinigt, und, ähm, also, klar, jetzt momentan einigen sie sich halt immer irgendwie auf VP8 und Opus und auf irgendwelche Parameter, so, das ist eigentlich selten, dass das irgendwie an dieser Stelle scheitert, aber das Problem ist halt, dass das irgendwie ein System ist, was, äh, was total blöd ist, weil, äh, sobald sich irgendwie was ändert auf irgendeiner Seite der beiden, muss irgendwie, die, die, das alles nochmal passieren, und, das wäre eigentlich... ...dynamisch, äh, Datenraten anpassen, zum Beispiel, das geht nicht, oder kann das dann Opus selber... ...schwer, ne, also, ganz genau kann ich's auch nicht sagen, muss ich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, dass, so, die, die Datenraten anpassen, zum Beispiel, das, das funktioniert tatsächlich über die, genau, das funktioniert low level über die Streaming-Protokolle, aber wenn, äh, sich andere Dinge ändern, so, dann muss man irgendwie das nochmal machen, oder, ...geil, zum, zum Beispiel, also, wenn sich große Dinge ändern, natürlich auf jeden Fall, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte kein Audio mehr senden, ne, oder, ich möchte kein Audio mehr empfangen, zum Beispiel, also, wenn es solche Rahmen da enden, dann muss man komplett irgendwie so, so, dieses ganze, diesen ganzen SDP-Austausch nochmal machen. Also, einfach bloß sowas wie bei Skype-Mikrofon-Mute, na gut, Mute, das wäre es wahrscheinlich noch, die Mute wahrscheinlich einfach bloß. Ja, Muten kann man auch bei sich, genau, ja, Muten kann man bei sich lokal und kann einfach sagen, ich ignoriere das, was da kommt. Okay, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich hab, mein, mein Link ist grad scheiße, ich will das Video ausschalten. Genau, richtig, ja. Um Datenschutz zu sparen, dann müssen wir das nochmal, ja, genau, da muss man einfach jetzt momentan die Seite nochmal laden, was... Also, Skype macht Skype nicht SDP, weil da geht's ja, sozusagen. Ja, ja, möglicherweise machen die trotzdem SDP und switchen das einfach sozusagen on the fly, so, das können halt die, die Browser jetzt irgendwie nicht, aber, äh, also, es ist auf jeden Fall etwas, was irgendwie nicht perfekt irgendwie dazu passt. Und, äh, der Grund, wieso das genommen wurde, dieses SDP, ist eben, dass es in vielen anderen Voice-over-IP-Protokollen irgendwie aus historischen Gründen verwendet wird und dass man dachte, dass man da gute Interoperabilität herstellen kann. Hat sich aber rausgestellt, dass eben gerade bei, im SIP-Bereich da, ähm, jeder seine eigenen Sachen, irgendwie seine eigenen erfundenen Sachen auch in dieses SDP, in diesen SDP-String, äh, in dieses Paket reinschreibt. Äh, und, äh, und, dass deshalb diese Interoperabilität sowieso nicht irgendwie weit her ist. Ja. Und, äh, und, äh, deshalb, dass auch tatsächlich irgendwie ein, einer der großen Teile, die eben in dem Microsoft-Ansatz anders, äh, ist, dass, dass, das dynamisch passiert, wenn sich irgendwelche Parameter ändern, dann ändert man halt diese Parameter und nicht irgendwie, macht nochmal... Okay, also das ist bei dem, bei dem Microsoft-Ansatz C-U-R-T-C-Web. C-U-R-T-C-Web, wir haben das gemacht. Komischer Name. Ja, äh, da, okay, da ist das anders. Genau. Ähm, okay, ähm, wo wir jetzt gerade schon dabei sind, also, Kodex hat man jetzt schon gesagt, irgendwie Opus und VP8 macht ja auch Sinn, das ist ja gerade so state of the art. Ähm, wenn du jetzt sagst, ihr macht Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, äh, welche Algorithmen sendet, worauf setzt ihr da bei den Algorithmen? Kannst du das... Also, das ist festgeschrieben in dem, äh, in WebRTC ist das festgeschrieben und, äh, das ist tatsächlich auch, auch eine sehr positive Geschichte gewesen, also jetzt im, äh, Verlauf der NSA-Affäre hat sich ja irgendwie, also, ich weiß nicht, so, so, der einzige positive Punkt, äh, den, der irgendwie rausgekommen ist bei dieser, äh, äh, NSA-Affäre oder was sozusagen ein Resultat dieser NSA-Affäre war, ist halt, dass die ganzen Technik-Leute da voll drauf abgehen, ne, also, äh, dass so die Leute, die, die, die technischen Standards machen, äh, dass die aufgewacht sind. Also, politisch hab ich, äh, muss ich sagen, keine große Hoffnung, dass sich irgendwas ändert, nichts wird sich da ändern, aber dass die Leute, die tatsächlich irgendwie so, so die Grundlage schaffen, dass die, ähm, da schon irgendwie jetzt den, den Drive haben, wir müssen da eigentlich, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt alles verschlüsseln. Ja, was ändern, und zwar richtig, ne, und, äh, da gab es halt lustigerweise einfach mal, sozusagen, nachdem das zwei Monate gelaufen ist, oder drei Monate mit dieser NSA-Affäre, gab's da irgendwie zufällig eben so ein IETF-Meeting, was eben diese, äh, ja, Organisation ist, die eben diese Webstandards macht worden. Also, äh, auch alle wichtigen Internetfirmen irgendwie drin, äh, sitzen, und, äh, da haben die halt zum Beispiel gesagt, na, ich, ähm, es gab, äh, so den Ansatz, dass man, äh, eine sicherere und eine unsichere Verschlüsselung wählt, oder eigentlich noch nicht mal unbedingt nur die Verschlüsselung, sondern dieser Schlüsselaustausch am Anfang. Also, ähm, das nennt sich ja, ähm, es gibt ja zwei Varianten, entweder man sendet, äh, am Anfang zwar schon verschlüsselt, aber, ähm, man sendet sozusagen einen, einen Session-Key, also, an einem Passwort sozusagen über die Leitung, auch wenn es schon verschlüsselt ist, äh, haben dann beide sozusagen irgendwie so dieses gleiche Passwort, und mit dem verschlüsseln die dann symmetrisch. Ja, also, ein, wir können ja jetzt reingehen, es ist wahrscheinlich AIS für die Symmetrische. Richtig, genau, richtig. Ja, also, es wird ein AIS-Key, ähm, übertragen, aber der wird verschlüsselt, und der wird mit einem asymmetrischen Verfahren verschlüsselt, wahrscheinlich. Genau, richtig, also, das ist die eine Variante, so, die auch zur, zur Debatte stand, äh, eben, für diesen Web-ATC-Standard, und, äh, die andere Variante war, dass man das halt über dieses Diffie-Helmen macht, was halt so ein bisschen für, für den Nicht-Mathematiker totale Magie ist, aber wohl, äh, sich sozusagen beide, ohne dass sie tatsächlich das, äh, jemals das Passwort über die Leitung schicken müssen, äh, auf ein gemeinsames, äh, Passwort irgendwie einigen können, ne, das, äh, irgendwie ein relativ lustiges Verfahren. Passiert auch auf dem diskreten, äh, Logarithmus, oder? Kann sein, nicht. Achso. Äh, ich weiß auch nur, dass es, äh, genau, ne, ist in Ordnung. Ja, also, wir können zusammenfassen, wir kennen das nicht aus mit Photographie, aber es ist gut. Richtig, genau. Ja, man kann das nachlesen. Das Besondere dabei ist halt, eben, das Besondere dabei ist halt, dass es echt nicht, niemals über die Leitung geht und dass man dann, in dem ersten Ansatz könnte man halt, was zum Beispiel die NSA ja wirklich in großem Stile auch gemacht hat, dem einfach allen, äh, Verkehr, der irgendwie verschlüsselt war, der an ihnen vorbeiging, äh, haben die erstmal in eine Datenbank geschrieben. Ja. Haben die sich erstmal aufgehoben und sagen sich, äh, so, da lassen wir unsere Algorithmen drüber laufen und unsere Algorithmen werden immer besser und unsere Computer werden immer besser und irgendwann werden wir das öffnen können und dann haben wir wenigstens die Sachen von vor zehn Jahren noch oder so. Ja. Und, äh, das ist jetzt eben das Gute, äh, soll, dass man, wenn man das nicht macht, ne, also mit diesem Defi-Helmen, das, äh, Starkwort ist da Perfect Forward Security, ähm, dass, äh, das niemals, äh, komplett drüber ging und dass man das hinterher nicht mehr nachvollziehen kann, was denn dieser gemeinsame Schlüssel war. Und diese, diese AIS-Verschlüsselung, die ist da, ähm, die wird ja wirklich, äh, allgemein als sicher angesehen von, von, von allen, eben auch noch nach dieser... Bei entsprechenden Schlüssellängen auch, aber da kann man... Bei entsprechenden Schlüssellängen, genau. Und, äh, das war eben das Gute, was bei diesem IT-Meeting passiert ist. Also neben vielen anderen supergeilen Sachen, wo sie gesagt haben, wir, äh, hauen alte Krypto-Standards raus und wir machen überall Krypto rein und so weiter und so fort, ne, haben sie halt hier gesagt, wir nutzen nur die Variante mit Perfect Forward Security mit, äh, äh, vorgegebenen langen Schlüssellängen und, ähm, setzen da wirklich auf eine sinnvolle Verschlüsselung und die wird dann in den Browsern implementiert, äh, und das ist etwas, was da ist sozusagen. Das ist da, egal, wer dieses Web-Artist hier benutzt, ist das, äh, eine sichere Kommunikation. Jeder muss das implementieren, auch Apple dann und auch Microsoft. Richtig, genau. Richtig. Das klingt ja sehr gut. Und, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, das hat mich jetzt angesprochen, was du jetzt hier so erzählt hast, wie kann man denn euch dann, wie kann man denn euch helfen? Also, ähm, gut, man kann sich den Code runterladen auf eurem GitHub-Account, das ist alles offen, aber, ähm, was, was kann man denn noch so tun, wenn man jetzt sagt, das finde ich gut. Genau, korrekt. Also, ähm, man kann uns auf, auf super vielen Ebenen helfen tatsächlich. Also, wir sind jetzt irgendwie immer noch so ein bisschen am Anfang und wir waren irgendwie, äh, am Anfang auch nur zu viert und jetzt irgendwie haben wir, ähm, da mehrere Leute noch irgendwie mit ins Boot geholt. Okay. Und, ähm, ähm, da, ähm, ähm, also, je nachdem, was die eigenen Stärken sind, kann man sicherlich was für uns tun, sozusagen. Äh, also, wenn man, äh, sich mit irgendwie Programmierung und Technik auskennt, dann, äh, liegt das, denke ich, äh, relativ klar auf der, äh, auf der Hand. Der Code ist da, ist, äh, ähm, wir brauchen auf jeden Fall Leute, die da überall mal drüber gucken, ne, das ist, äh, so, man denkt zwar immer, man selbst ist der, der, der Geisteprogrammierer von allen, aber, äh, man stellt dann irgendwann fest, dass es gar nicht so ist. Gar nicht so ist, ja. Und, äh, das ist immer gut, wenn, wenn andere das da nochmal drüber geguckt haben. Wir freuen uns immer, wenn, wenn da jemand auch eine Verbesserung mit einbringt. Äh, das, äh, an, an diversen Stellen gibt es noch irgendwie Hakeleien, so, Sachen, die, die nicht perfekt laufen, auch irgendwie Browser-Kombinationen, die wir vielleicht noch nicht ausprobiert haben, die noch nicht, äh, perfekt miteinander klarkommen. Und jetzt mit dem Chrome 31 gab es zum Beispiel irgendwie manche Sachen, wo wir auch noch nicht ganz wissen, was, äh, da wirklich der Fall ist, wieso da irgendwie manche Sachen passieren. Äh, das heißt. Also alle, alle Leute mit, mit JavaScript und Ruby-Kenntnissen. Genau, einfach mal dann in die Palawa-Machine, das ist ja Server-Partner oder dieses, diese Palawa-Client. Ja, also ihr habt mehrere Repos, habe ich hier gesehen. Ihr habt Palawa-Machine als Repo, dann. Richtig, das ist der, der, der Lightning-Talk, klar. Die ganzen Talks sind da. Dann das Portal, das ist die, die, ähm, Applikation an sich, die man sieht auf Palawa-TV, die Webseite. Okay, und dann gibt es noch Palawa-Client. Äh, das ist eine Library. Genau, richtig, das ist sozusagen eine Art und Weise, wie man, äh, dieses Web-RTC, was halt doch schon irgendwie in diesen ganzen Schritten, die, die man tun muss irgendwie, die, also man muss ja irgendwie so den eigenen Stream muss man sich irgendwie besorgen und, äh, man muss diese Peer-to-Peer-Connection aufbauen und, äh, da muss man irgendwie so dieses SDP generieren, da muss man, äh, in diesem SDP noch irgendwelche Sachen rumfuschen, dass die Browser miteinander gut klarkommen. Und, äh, und, äh, dann muss man irgendwie, äh, so diese ganzen Tunen und Natural-Versual-Sachen muss man anstoßen und das sind tatsächlich auch viele Schritte, die da einfach noch geschehen müssen und das ist, äh, wirklich auch nicht einfach, ne, und das haben wir alles zusammengeführt, das ist ein Palawa-Client so, dass, äh, das automatisch geschieht, ja, und dass man das benutzen kann. ist, äh, da kann man dran denken, wie so eine Art jQuery für Web-RTC, irgendwie sowas, was Web-RTC, wenn man, äh, mit der Einschränkung, wenn man, äh, irgendwie Video und oder Audio machen will, ne, was ja in dem jetzt simuliert unser Fokus ist, kann man das, äh, nehmen sozusagen. Und das kommuniziert halt sozusagen mit einem Protokoll, mit einem gemeinsamen Protokoll mit dieser Palawa-Machine, das heißt, es könnte auch irgendwie jemand kommen und sozusagen diesen Server-Part irgendwie, ähm, neu schreiben oder anders schreiben und man könnte dann mit dem Client damit kommunizieren oder andersrum, man könnte auch irgendwie sozusagen auf der Client-Seite irgendwas anderes benutzen und dann, da haben wir ein gemeinsames Protokoll, was auch super einfach ist und JSON-basiert, ähm, einfach ein paar Messages. Ja, einfach eine, ja, okay. Und diese Client-Library, da, das hatte ich auch in dem Lightning-Talk, das können wir vielleicht auch verlinken, da hatten wir. Das, wir verlinken, also wir verlinken, also wir verlinken, wir verlinken den Code auf GitHub, ihre Epos, wir verlinken den Mitschnitt dann zum Lightning-Talk. Genau. Genau, also dass ihr hier auch eine Referenz habt von was, wovon wir überhaupt sind. Richtig, und wenn man jetzt also immer noch auf der technischen Ebene, die ganze Zeit, ne, also, ähm, wenn man so das Ganze mal für sich selbst irgendwie für eigene Projekte benutzen will vielleicht, also irgendwie, wenn man sagt, ja, äh, cool, in meiner Seite hätte ich gerne irgendwie was, ein kleines bisschen ähnliches, was irgendwie was mit Video oder Audio macht, äh, dann kann man das halt einfach nehmen und was wir da gemacht haben ist, äh, dass wir kurz vor Weihnachten irgendwie eine Hack-Session hatten hier im, äh, CCC Dresden, ne, und da waren irgendwie, äh, natürlich, ja, vor Weihnachten ist immer schwierig, das werden wir halt nochmal wiederholen, so, wenn, wenn, wenn dann noch mehr Leute können, aber das war eigentlich ganz cool, wenn wir dann nämlich irgendwie mal so gedacht haben, wie können wir das, äh, diese Benutzung eigentlich einfach machen, so, und dann hatte ich irgendwie am Anfang so, so ein bisschen was hingepusht, so, wo, wo ich gesagt hab, hier, äh, na, so benutzt man diesen Palabra-Client irgendwie in einer ganz simplen Form, und was da jetzt, ähm, ähm, in Zusammenarbeit hier mit dem Gilbert rausgekommen ist, äh, ist, äh, ein, 52 Zeilen sind das, glaube ich, das ist, äh, ähm, HTML inklusive Coffee-Script drin, Ja, okay. Äh, äh, super einfach, aber das ist im Endeffekt sozusagen ein, äh, komplettes, ähm, sozusagen Palabra mit einem Raum, also, das, das benutzt auch den Palabra-Server irgendwie dann im Hintergrund. Das verlegen wir auch, dass es ein GIST, also eine kleine Datei hier auf GitHub. Genau, richtig, und, äh, das sind wirklich einfach sehr wenige Schritte, und ich finde, dass diese kleinen Library sehr, sehr, sehr schön auch geworden ist, also, dass man, Also, die kann man auch wirklich selber einfach verwenden. Ja, die kann man selber einfach verwenden, ne, man braucht halt irgendwo seinen, seinen, seinen Tun-Server, der irgendwo steht, und seinen Signaling-Server, der irgendwo steht, und wo man auch unseren nutzen kann, aber da sollte man zum Beispiel bei dem Signaling-Server sollte man aufpassen, wenn man irgendwie da die Räume mitnutzt, die sieht man natürlich auf unserer Seite dann auch. Ja, also der, der, die Palabra-Maschinen. Genau, richtig, ja. Und, äh, Stun ist, ist bei, ist nochmal extra, also, da nehmt ihr wahrscheinlich irgendein Paket dann, oder, also der, der STON-Server selbst. Ja, genau, das sind zwei unterschiedliche Sachen, also, der, das Tun-Server, den haben wir nicht, äh, geschrieben, Den haben wir, äh, da nimmt man einfach einen. Da nimmt man einfach einen. Da nimmt man einfach einen, genau, also, da gibt's Open-Source-Implementierungen, zwei, zwei Hauptsachen, ne, und davon ist einer, den Debian-Repository, äh, Repository, äh, den nimmt man daneben. Genau, was der Grund, tatsächlich der Grund war, wieso wir den genommen haben, der war aber auch ganz, das ist, äh, einfach zu konfigurieren, aber es, äh, da braucht man halt zwei IP-Adressen zu, das hatte ich ja schon, glaube ich, erwähnt. Hat's so gesagt, ja. Und deshalb kann man zum Beispiel, äh, so, so diese Palava-Maschinen zum Beispiel relativ einfach bei sich, äh, selber hosten, äh, dass man sagt, naja, klar, ich möchte auch unterschiedliche Räume, wenn ich jetzt hier in den Testraum bei meiner Applikation gehe, dann möchte ich nicht, dass der, äh, bei dem Hauptpalava auch angezeigt wird, das, äh, dann bescheuert, aber wenn, wenn man das möchte, so, das, dann, dann geht das natürlich trotzdem. Ja, richtig, ja. Äh, aber zum Beispiel den Student-Server von uns kann echt gerne jeder benutzen, der nicht irgendwie den langen Atem hat, dann noch eine zweite IP bei seinem Server-Host, was mittlerweile auch echt nicht einfach ist, ne, die sagen mittlerweile relativ oft nein, weil die Adressen da knapp werden gerade. Gut, aber das war jetzt die ganze technische Sache mit Code. Genau, ja. Wie kann man euch denn sonst noch helfen? Wenn man jetzt sagt, okay, wir haben, ich, äh, wir, gut, mit dem Programmieren, das machen andere Leute besser, was kann man denn sonst noch machen? Genau, also, ähm, noch, noch, noch mal technisch tatsächlich, aber ein kleines bisschen weniger technisch, wenn man so ein bisschen so ein Geek ist, der zwar nicht irgendwie programmieren kann, aber der meinetwegen Raspberry Pi rumstehen hat oder einen eigenen Server rumstehen hat, so, und so ein bisschen ganz fundamentale Kenntnisse hat, einfach das mal aufsetzen, so, ne, und einfach mal ein bisschen rumspielen. So, auch da können schon viele Sachen aufkommen, äh, aufkommen, die eben einfach in der Benutzung, in der technischen Benutzung irgendwie blöd sind. Ähm, das nächste ist, ähm, äh, immer noch technisch, aber noch weiter beim Nutzer sozusagen, wenn einem einfach in den Palawa selbst das auffällt, äh, mal ein bisschen rum, rumprobieren. Ja, genau, richtig, irgendwie irgendwas, ne, genau, und, äh, dann mal versuchen, das einzugrenzen, in welchen Fällen das passiert, so, mit, mit welchen Browsern vielleicht oder sowas, und da freuen wir uns immer drüber, wenn uns da jemand schreibt, Habt ihr da irgendwie ein Bug-Report-System oder einfach auf GitHub ein Pull-Request oder, oder, Issue? Momentan per, per E-Mail tatsächlich, ne, genau. Okay, also ihr habt kein System, wo man jetzt Bugs feiern kann, aber. Ne, es gibt doch, auf, auf GitHub kann man auch gerne die Issues verwenden, also, Also, genau, also in eurem. Genau, wenn man auf GitHub ist, ne, gerne auch die Issues, so, ne, aber, äh, nicht jeder, äh, normale Palawa-Benutzer hat ein GitHub. Alles klar, ja, ja, ich war schon wieder in meinem. Genau, äh, von daher, man kann es auch gerne da einfach in die E-Mail schicken, so, und, äh, vielleicht gibt's da in Zukunft auch nochmal, ähm, was ein bisschen mehr automatisiert ist. Genau, also die Kontakt, die Kontaktdaten, äh, machen wir auch in den Show Notes. Also, Kontakt at Palawa TV, aber wir schreiben es auch nochmal. Genau, richtig, ja. Und, ähm, ja, denn, das sind auf jeden Fall alles wichtige Dinge und wenn man halt ein bisschen mitmachen will, ne, kann man halt entweder so, 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 am Code mitmachen, aber wir brauchen halt echt viele andere Sachen auch noch irgendwie. Wir brauchen Leute, die sich ein kleines bisschen um Design kümmern, ne, klar sind jetzt nicht viele Seiten, aber es wäre, wäre schön, wenn es irgendwie, ähm, noch besser wäre, äh, wir, wir brauchen Leute, die es irgendwie mit übersetzen, ne, wir haben tatsächlich jetzt einige, einige Seiten, äh, drumherum, die ein bisschen erklären und keine Ahnung was alles, ne, und, ähm, was auch irgendwie nicht ganz einfach immer ist, so, 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 diese ganze Pressearbeit, so, äh, wenn, wenn, wenn sich da halt einfach noch jemand findet, ne, das wäre auch super geil, äh, und, ähm, so, viele, viele kleine Sachen halt einfach, ne, ähm, natürlich, ähm, ist es auch super schön, wenn jemand sagt, ich hab keine Zeit, aber ich würde euch gerne finanziell unterstützen, ähm, dazu muss ich sagen, sagen, dass wir mittlerweile ein gemeinnütziger Verein sind, also wir waren am Anfang vier Leute, die es gegründet haben, äh, so, und die auch, äh, das Palawa bis zu fast dem Punkt gebracht haben, wie, wie es jetzt ist, und dann haben wir uns überlegt, dass, äh, äh, halt irgendwie so die ideologisch, äh, sinnvolle Variante tatsächlich wäre, äh, dass wir diesen, diesen Code Open Sourcen, dass wir das einfach eine, 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 ein, ein Gegenkonzept eben gegen diese, gegen all die Firmen, die, äh, die Skypes und Kommunikation anbieten, aber eigentlich nur mit unseren Daten Geld verdienen wollen, ne, und, da wollen wir ein Gegenkonzept so bieten, und deshalb haben wir da einen, äh, äh, Verein für gegründet, das ist vor, vor drei Monaten auch schon, haben, äh, die ganzen Bürokraten, bürokratischen Sachen mittlerweile durch, was echt nervig war, muss man sagen, ne, aber, äh, das ist schon mal sehr gut, äh, genau, da sind wir jetzt, äh, äh, hier steht noch 13 im Lightning Token, das ist eben aufgefallen, dass es falsch ist, dass wir schon 14 Leute sind, ah, okay, ja, richtig, und, äh, haben jetzt zwei neue Members in letzter Zeit, äh, gekriegt, zwei neue Mitglieder, äh, und, äh, und da sind auch einige dabei, die, äh, mal mit, mit anpacken und haben, äh, Mailing Liste und haben jetzt irgendwie, äh, mal ein paar Entwürfe so, so für Logos und Sticker gemacht und, ähm, ja, die versuchen wir da Stück für Stück, äh, mit, äh, reinzubringen in dieses Projekt so, ne, und da kann ich, wenn, wenn jemand sagt, ich möchte da gerne bei euch mitmachen, ne, der kann gerne auch irgendwie da mit, äh, Vereinsmitglied werden und, ähm, genau, um auf das Geld zurückzukommen, äh, äh, wirklich große Ausgaben haben wir tatsächlich nicht, also, äh, dadurch, dass die Videos, äh, Peer-to-Peer gesandt werden, genau, haben wir keine eigene, haben wir einen kleinen Pro-Server, richtig, der, der 17 Euro im Monat, so, die, die, äh, Domains kosten vergleichsweise viel, weil es hier solche .tv-Domains sind, aber, äh, genau, sind, das sind, äh, keine immensen Ausgaben, die wir am Anfang sicherlich irgendwie durch, äh, die, äh, die Mitgliederbeiträge irgendwie, äh, auffangen können, so, ne, ne, aber das ist eigentlich das, was wir überhaupt nicht wollen, dass die Leute, die, äh, mithelfen, ne, dass die das auch noch finanziell tragen müssen, selbst wenn es nur mit einem kleinen Beitrag ist, äh, und deshalb werden wir auch, also im Januar werden wir irgendwie mal so einen Spendenaufruf machen irgendwie, ne, wenn wir dann tatsächlich die, die endgültige Gemeindentigkeitsbescheinigung, Bescheinigung da in den Händen halten, äh, und, ähm, da freuen wir uns natürlich, wenn, wenn da irgendwie ein bisschen Geld reinkommt und wenn da, äh, Geld übrig ist, dann wird das, ähm, ausgegeben für, 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 für Sticker und für irgendwelche Aufsteller bei irgendwelchen, äh, Vorträgen und, ähm, vielleicht mal, wenn, wenn es tatsächlich mehr werden würde, könnte man darüber nachdenken, dass man hier dieses Turnhosting, so, dieses Auffangen, wenn die Verbindung nicht ganz klappt, ähm, dass man da vielleicht einen zweiten Server für mietet und dass man da so dauerhaft was in der Hinterhand hat für, äh, Leute, die es halt, äh, stabil benutzen wollen. Ja. Und, ja, das, das, der, der allerwichtigste Punkt für die Leute, die sagen, ja, hier, sorry, Leute, ein geiles Projekt, aber, äh, meine Zeit, äh, so, kann ich leider dafür nicht opfern, weil ich schon tausend andere Sachen zu tun habe, das gibt, gibt, äh, ähm, ist ja eine, eine valide Ausrede, das kenne ich ja genauso, ne, also, wir freuen uns über jeden, der mitmacht, einfach uns anschreiben, selbst wenn es nur, wenn ihr sagt, äh, äh, ich kann nur so ein bisschen mithelfen und ich, ich eidele da so ein bisschen mit auf der Mailingliste rum, aber, ähm. Ja, und einfach, einfach euren Freunden erzählen, nicht Skype verwenden, sondern Palawa TV zumindest probieren. Genau. Auch wenn es nicht geht. Richtig, ja. Nicht sagen, es ist sofort scheiße, sondern lieber eine Mail schreiben, vielleicht, wenn man es einschätzen kann, woran könnte es gelegen haben, um sich, und, genau, und, das ist eigentlich das Wichtigste, wenn, wenn man sagt, ich hab keine Zeit, dann hat man wenigstens dafür Zeit, das ein bisschen bekannt zu machen, ne, äh, benutzt es, twittert es darüber, bloggt darüber. Podcasts, äh, ihr macht Podcasts darüber. Genau, macht Podcasts darüber. Richtig, ähm, keine Ahnung, was schreibt, Grundmails an eure Freunde, Leute, es gibt hier ein geiles neues Portal, das würde ich gerne mal mit jedem ausprobieren, der, Genau, einfach mal, einfach mal, einfach mal, einfach mal, Lust so hat, genau, richtig, ja. Und ich meine, es ist tatsächlich auch, äh, es gibt das auch in die andere Richtung, ich meine, natürlich, ähm, in allen Fällen stabil läuft das Palawa noch nicht, aber, zum Beispiel, ein Schulfreund, äh, von mir kam letztens an und meinte, ja, hier, du hast doch irgendwann mal, am Anfang hatte ich so eine Runde mehr an alle meine Freunde geschickt, hier, guck mal, oh, die, die Seite ist jetzt online, ne, genau, und, äh, weil, weil es halt total geil war, dass es dann halt online war und dass man das tatsächlich dann online auch benutzen konnte, so, ne, und, ähm, der meinte, ja, das habe ich gekriegt, ne, und nach, äh, ein paar Tagen war ich gerade irgendwie in Italien auf so einem Camp irgendwie und, äh, wollte mit meiner Freundin skypen und Skype hat nicht funktioniert, aber Palawa. Ja, das ist immer. Das geht runter wie Butter. Okay, Marius, du, da danke ich dir, unsere SD-Karte ist fast voll. 16 GB, ja. Uh, da haben wir hier im 6-Kanal aufnehmen. Also, ähm, ich danke dir ganz herzlich für die, ja, ich danke für die nette Podcast-Begleitung. Ja, kein Problem, gerne. Genau, und, äh, wir hören uns. Genau, viel Spaß noch auf dem 30C3. Alles klar, ciao. Ciao.